Oh oh. Damit willkommen zurück. Das ist einmal ein Kampf. Da könnte ich mal reden. Ich bin schon als Feinde bekannt. Neue Part Beil. Los geht drei. Vielleicht geht es auf den Bergpass. Ich besiege meinen Drachen. Eigentlich wollte ich noch einen langen Rast machen davor. Erstmal müssen wir was hier. Beenden. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Ich bin immerhin ein Trank bei sich. Jetzt machen wir schnell mal einen langen Rast. Bevor wir dort hingehen. Das ist der Wichtigste. Da funktioniert schon mal. Ich bin immer geflückt. Danke. Da kann es auf einmal sein. Und nicht zu viel für die Landerast ausgeben. Mal schauen, wo heute alles sterben wird. Wir kommen jetzt in ein Gebiet, was mir noch gar nicht bekannt ist. Das habe ich... ... im Streamaufnahmen noch nicht gemacht. Und in meinem damaligen ersten Mann auch noch nicht. Es wird also spannend. Blight. Kommt ja noch gut zertroffen. Das ist, Rüttel. Es ist nicht so gut. mit den lokalen. Natürlich, Khithran. Wir haben nur versucht, dass... Keine Entschuldigung. Beantworten, töten, dann weiter. Find the weapon. Unsere König sieht uns. Fehl sie bei deinen Perl. Diese Khithran sind unvermütlich, aber nicht unvermütlich. Wir können sie in die Krieg, wenn man das kommt. Mal sehen, ob sie ihre Blut verbreitet haben. Da stürzt. Jetzt müssen wir hier ein bisschen winken. Das ist auch noch eine große Kiste. Nehme ich mit. Oh, viel zu schwer. Wir haben hier auch noch ein... Unterwirkung der Tür. Der ist einfach nur aufzureden. Das ist einfach, kein Geist. Ist doch nicht ... Weil ich es zuerst machen werde. Ich kenne euch nicht und bin keine Bedrohung. Ich würde euch beim Versuch des Sandgelenks verstauchen. Ihr würdet euch beim Versuch des Sandgelenks verstauchen. Stauchen. Ich kann nicht reden. Das hättet ihr längst getan, wenn ihr nicht erst etwas von mir wollen würdet. Fingerfertigkeit stumm in seinem Blick standhalten und nicht insgeheim auch zum Angriff vorbereiten. Jetzt brauchen wir selbst zum Schweigen und schicken in den Griff. Ich schaffe es nicht zu schweigen. Realistisch? Aber okay. Sehr realistisch. Gut, wir sollten zuerst den Drachen ausschalten. Glaub ich. Oder auch nicht. Oh, was? Was mit den anderen dürfen die Teil nehmen? Im Kampf? Ähm, wollt ihr mal bitte? Ich werde hier gerade schon abgeschlachtet. Was zum... Was ist jetzt unsichtbar oder was? Okay, die habe ich gerade offensichtlich ein wenig unterschätzt. Leicht auf meinen Faden. So wenig Primus-Rate. Okay, ich lasse mich abschlachten. Auf jeden Fall. Oh, was? Was ist denn? Ich habe hier gerade schon geschluckt. Ich habe immer noch gearbeitet. Oh, was heißt das? Wie ist denn? Sie müssen erstmal runterkommen hier. Nicht schlecht. Sie können hier nicht umstehen bleiben. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sie ist dran. Und hinter. Schattenherz. Nicht schlecht. 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 Es ist ein Wurschtick, noch ein Wurschtick. Ich hatte einen Wurschtick. Done! Let's go. Let's go, let's go. Let's do something to end. Wow. The Fjanky big sword. Very nice. The Fjanky plates. The Fjanky plates. The Fjanky plates. Unusual Runes are on the Slate, forming an array of arcs and circles. Let's try it again. Yeah. But anyway, it didn't work. I don't think they had a lot of shit. Oh, ah. Magical energy courses through the Slate. You are flooded with understanding. A mystical map glows before you. Revealing a Githyanki refuge within a temple at the mountain pass. This must be the crash that Lazell seeks. The Slate also reveals the Githyanki's purpose. They are combing the sword coast in search of a polyhedric relic of great importance to their queen. So it's as next. So it's for the King Queen. So it's here. So it's here. So it's here. I'm going to load. So it's here. It's time for a 15,000 armor. No. That's a great armor. It can't really have the pieces of wood. Or otherwise. Maybe I shouldn't. So it's time for 15,000 armor. J Sighly, so it's time for 15. No. Okay,雷, so it's time for 15,000 armor. Kurze Rast. Oh, viel zu schwer. Spielverderber-Spiel. Noch ein gefährlicher Kampf. Kampfschwert. Kurzschwert. Langschwert. Das ist ein gutes Ding. Alles klar, was jetzt? Kann unser Gefiand wieder umgehen? Los geht's. 5 bis 14 Schaden. Ähm... Moment, ich ist zwar hier auf Stabwaffen... ...trainiert aber... ...wenn es was bringt. Pink Hochschwert. 7 bis 20 Schaden. Oha... Mit dieser Waffe von einem Gefiand geführt... ...gewirkt sich zwischen 1 bis 4... ...dann soll ich immer den tragen. Zwei Handschwert, ich weiß ja nicht. Zwei-händig. 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 Hier, die Nachteile der Hemmlichkeit, was absoluter Größendes. Ich denke, ja und Lust. Und noch einer. Schwere Armbrüste ungeblübt. Hm. Kann ich die nehmen? Ich habe die mit gerade. Wie viele sterben heute? Wie viele sterben heute? Wie viele sterben heute? Mine ist nie kalt. 3 bis 12 Schaden. Ja, macht jetzt einen Unterschied. Waffenverzauberung. Ist jetzt nur der Look. Ob jetzt so oder so. Kann ich beide tragen. Dann nehme ich die. Wie viele sterben. Wie viele sterben. Und dann kommen wir hier. So, geht es hier noch irgendwo lang? Ne, hier geht es im Kreis. Und jetzt hoch auf die Mauer. Und jetzt nicht lang, weil die Brüte jetzt auch tot ist. Nachrichten. Die Dach, wir haben sind eng. Nur die Dach. Und jetzt hier. Die Dach, wir haben die Dach. Der Dach, wir haben die Dach. Wie viele das, wir haben die Dach keine Wege. geht den abenteuer geht weiter vergnüßere ich dass du alles erledigt hast du den nächsten schritt machst ja es lebt keiner mehr der tod klosterhosenmordkrieg wir müssen hier einen schatz mitnehmen wegpunkt so gehen wir jetzt am schlimmsten lang krippe es ist noch ein weiter weg bis dahin so geht es wieder zurück ich habe nichts zurück ich habe nichts zurück ich habe nichts zurück ich habe nichts zurück ich gehe jetzt mal hier um ein zivilist und eine hürde zum koppelndager oh ja da waren wir nicht wieder zurück es gibt nicht mehr zu sehen bei der blutinlage Nein, nein, nein. Es ist fast lecker, mit der Firma zu reisen. Wenn ihr alle weniger leckersten Aspekte ignoriert. Ich weiß. Ich verstehe nicht, wie genau. Aber ich fühle mich, dass es zu dir geht. Es ist wichtig, dass es nahe. Eigentlich sollte man das möglich sein. Das Beste, was ich kann machen, ist zu bleiben. Bide mein Zeitpunkt. Insofern werde ich es nehmen. Dann werde ich sehen, was da gemacht wird. Ich glaube, wenn wir uns immer wieder helfen können, könnte ich dir sagen. Ich war Teil einer Gruppe, um ihn zu holen. Bring es in Baldur's Gate, für unsere Gottes. Ich liebe Shah, die Frau der Nacht. Ach. Es ist meine Mission, das Artefakt zu ihrem secreten Kloister in Baldur's Gate. Es tut mir leid. Jetzt, dass du die Wahrheit hast, bitte nicht einen großen Fuss darüber machen. Kein Geschrei hat mich belogen. Es ist mir egal, wen wen ihr anbietet. Wir haben große Probleme. Ich wollte keine gemeinsame Sache mit deiner Schaldinger machen. Es hättet ihr mir sagen können. Wie lange würdet ihr noch Geheimnis draus machen? Wahrscheinlich. Ich dachte nicht, dass du so pragmatisch reagiert würdest. Vielleicht sollte ich dir besser gesagt haben. Jetzt ist die Wahrheit raus. Erzählt mir mehr. Ich kann euch nicht trauen. Wir ziehen besser getrennt weiter. Und dann noch ein Meeting anhören müssen. Das haben wir noch nicht rausgefunden von mir. Wie ich gesagt habe, Shah ist mein Patron. Meine Frau. Schade. Das haben wir noch nicht rausgefunden von mir. Schade vielfach einen schlechten Ruf. Ihre Verehrung ist manche Outsch gar verboten. Sie klingt nicht gerade einmehrend. Glauben es ist eure Sache. Ich verurteile euch nichts oder so. Furcht meine Gedächtnis auf. Ach, wenn das dich verurteilt, vielleicht sollte man den Bailiff riecht mich. Ah. Aber es gibt keine Bailiff hier, oder? Es gibt nur Leagues der Wildernis und die Gefahr die der内ung. Wir sind in diesem zusammen. Aber ich werde es froh, dass ich allein wegfällt. Meine Fähigkeit wird mir in die Stärke. Okay. Ja, ja. Aha. Zeig mir mal Nachtorchideen, wenn Pferden welche vorbeikommen, was ihr wechselt zwischen den Existenziebenen, aber schwimmen könnt ihr nicht. Wenn ich nur solche Sachen meinte, könnt ihr mir sonst was erzählen? Es ist nichts zu schreien. Schöne deine Fragen, wenn das so reagiert wird. Nein. Ich kann nicht. Ich meine, ich literally kann nicht. Es gibt bestimmte Dinge, die ich jetzt nicht kann. Schaar's secrets müssen, über alles zu verhindern. Alle, die sie brennieren, wissen das. Ich habe bestimmte Erinnerungen suppressed. Voluntärlich. So, dass ich sie schreien, ohne sie zu verhindern. Wenn ich zurück nach Baldur's Gate und versuche Schaar's mission, dann meine Erinnerungen werden. Natürlich. Es ist ein acte von Fäith, nicht zu verletzten. Schaar wird mich verletzieren. Okay. Es ist ein acte von Fäith. Gut. Dann haben wir etwas wertvolles in unseren Händen. Und es ist eine wunderschöne Fäith. Es ist eine Wunderschöne Fäith. Die Dinge beginnen zu sehen, sehr interessant. Ah ja. Das Fäith ist an deinem Bezug. Mach was du willst. Gut. Da war nur schon, da ging es nicht weiter. sollten jetzt mal in diese richtung aufbrechen links oder rechts links aus können wir noch nach rechts gehen später deswegen das war noch ein Päckchen dort Ach ja stimmt, daran kann ich mich erinnern. Den Weg bin ich hier irgendwie gegangen. Ich glaube aus dem Goblin Camp hier raus, da bin ich hier rausgekommen. Ich bin hier an diesem Kampf echt verzweifelt. Vielleicht bin ich schon... Ich bin noch unterlevelt, bin ich mit Level 3 hier reingekommen oder so. Hier sind die Zauber natürlich alle aufgebaut. Todeswirte. Ich weiß nur, dass ich schon an der Rüstung der Todeswirten verzweifelt bin. Die ich nicht gebrochen gefickt habe. Ich glaube das ist kein Problem. Ich glaube das war sogar noch ein Part drin. Das hier mal. Wenn ich kurz verirrt habe. Wenn ich hier kläglich abgeschlachtet wurde. Dann habe ich gesagt, ne komm. Ich muss zurück gehen. Es war relativ früh, ja. Ich glaube das war, da bin ich irgendwie mitten durch das kommende Nagel, wenn ich hier reingekommen. Das ist der erste schon tot. Der zweite auch. So viel dazu. Dein Fehlschnack. Gut, jetzt bin ich hinter ihm. Nicht schlecht. Jetzt muss ich mal den Großen. Die Rüstung haben wir durchgekriegt. Das ist hier ohne Schulstand. Geht gut, ich kann hier kaum was. Geht gut. Geht gut. Der geht ja auch. Okay, meiner kann sich nicht bewegen. Das ist nicht ganz so praktisch. Drei in den Entzug. Das ist auch mal interessant. Ich habe hier gerade eins angegriffen. Fantastisch. Die feier. Das war wortwörtlich. Fantastisch. Plattenrüstung. Können wir im nächsten Heimler verkaufen. Sieberladen. So ein schweres Ding. Was zu tun? Die Bulls haben nichts dabei. Das schwer was der dabei hat ist... Oh ja. Ja. Eine Ritterrüstung. Ja, wir haben halt keinen der schwere Rüstung kann. Dann werde ich vielleicht mal leveln. Herzog Grafengard muss umgehend unverletzt oder zumindest größtenteils ausgeliefert werden. Die Türme des Mondaufgangs können ihr Schicksal erst erfüllen, wenn der Herzog ausgängig wurde. Der Erfolg soll belohnt werden. Wer versagt, wird erst meinen Zorn spüren. Dann Gotasch. Dann erneut meinen. In der Reikäfrig-Form. Interessant. Das ist ein wichtiger Infos. Ein wichtiger Infos. Was ist hier drin? Der Gefängnis ist nicht möglich. Impulente Truhe. Warum bald mal wieder ein Händler? Ich finde nur bei dem Gefängnis hier einen Händler. Die Ritterrüstungen sind bestimmt gut, wenn man die mal... benutzen kann. Die waren auch noch nicht. Hier ist sie hinter. Die drückt ihr halt. Ah. Ok. Dann lass uns mal die Dunkelheit gehen. Hier nicht mal... Hier nicht weiter gehen. Könnte gefährlich werden. Ich sagte Stock. Oh. Dein Schatten verfluchten Land... Nein, 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 nein. Das ist der Weg ins zweite Nacht. Vergiss es. Dann gehen wir noch nicht hin. Der stirbt man jetzt nicht. Die langen Grund. Ignorieren das ganze Gebiet. wir wissen aber wo es dann geht hier können wir so ein zweiter abt aufbrechen so wie wärs mal mit hier runter gehen da war eine falle jetzt müssen wir es trotzdem schaffen ja können wir hier ist eine falle wenn wir die ganzen buni die wir haben kein problem sieht so aus als wären wir auf der richtigen spur richtiger Händler richtiger Händler ich habe es für ein tempel ja gut ist ich habe es für ein tempel ja gut ist ich habe zu tun was ist ich habe es versucht zu tun ich habe es Later ich habe es versucht zu tun ich habe es versucht zu tun ich habe es erzählt Die Gesellschaft von Brillanz hat mich mit einer von ihren Ecken in Ordnung zu erreichen, um eine Dispute zu lösen. Ich bin weniger erfolgreich, und wenn die Giths mich wiedersehen, sie werden mich töten. Also, ich bedanke mich, um ein Ecken für mich zu retten. Du bist gut kompensiert, natürlich. Ich bin gut, ich bin dabei. Ich habe die lohnenswerte Ausrüstung dabei. Ich bin gut, aber ich will bezahlt werden im Vorwurz. Haben wir geschafft. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum ich dich fragen möchte. Sehr gut. Hier ist das Geld. Jetzt. Ich erwarte eine schnellere Behandlung. Ich will kein Handeln. Ich würde es nicht gerade unser Brett nennen. Ich arbeite daran. Ich möchte handeln. Sehr gut. Aber ich werde mich anrufen, wie viel Zeit du durch die Baubeln wachstest. Ja. Das ist interessant drin. Sengender Strahl haben wir schon. Anschluss des unheilvollen Schlafes. Wenn du beim Waffenangliff Schaden bewirkst, erleidet das Ziel in Malos von Minus 1 D4 auf den Rettungswurf. Ja. Wenn der Träger Kälte Schaden bewirkt, bewirkt er zwei Züge lang Frust. Ja. Stiefel der Elementar Wucht, wenn der Träger Blitz, Feuer, Kälte, Säure und Schallschaden mit einem Zauber oder Zaubertritt bewirkt, erhält er zwei Züge lang Wucht. Ja. Aha. Anmut der Katze. Du erhältst Anmut der Katze und dein Geschickigkeitswert wird um 2 bis auf maximal 20 erhöht. Aha. Wenn ich wie eine Katze, du erhältst einen Bonus von Plus 1 auf Geschickigkeitsrettungswürfe und eine Sprüngeweite von Wucht auf S,5 erhöht. Das ist nicht schlecht. Die Stiefel könnten wir für ihn gebrauchen, für Astarion. Und dann für jemanden, dann für ihn. Wenn du Stern bist, stabilisierst du dich zum Bezügen automatisch, maximiere die Anzahl der wiederherstellbaren Trefferpunkte. Aber nachdem du gerne Plastik erinnert, da kann ich das Wasser damit kommen, auch nicht schlecht. Donner des Niederstricken. Kacko fur mie. Den Borst. Schattenherz. Und trank. Hat des Fliegens. Leiß und Scharnock scharf. Schwarz und rot und rot. Würde ich haben. Schwarz und gade. grün ob sie und da haben wir noch genügend von was kann man dagegen tauschen gegen das tier 2.500 ok weiß ich nicht ob wir so viel haben den helmen brauche ich noch das behalte ich noch und wertvoll werden und die ganzen sachen die wir hier nicht brauchen und hier ist auch das hier mit der genesung das hat schon anderes mit der talisman so viel bringt er auch wieder nicht mit drucksteinen und ganze quatsch können wir auf jeden fall verkaufen dass wir noch mehr von wenn wir wahrscheinlich auch nicht mit wochen bringen noch nichts Verhalten wir es erst mal. Ich versuche gleich mal was. 1600 kostet viel. 1508 zu wenig, das ist nur wieder pleite. 100 geben kommt nicht in Frage. 80 zu wenig, das gehen wir doch noch hin. 100 geben kommt nicht in Frage. 100 geben kommt nicht in Frage. 100 geben kommt nicht in Frage. Jetzt versuche ich mal was. Sie haben es gefixt. Schade. Dann gab es einen Eck, da gab es einen Bug, wo man das Inventar in den Rucksack stecken konnte und für ein oder zwei Gold zu kaufen konnte. Gut. Mute Katze, das ist doch eher was für ein guter Bonus für sie. Das ist echt nicht schlecht. Elementar Wucht. Was war es? Mittler Rüstung, Ungut. Verdammt. Kann ich irgendwelche Wuchze haben? Elementar Wucht. Feuerschaden. Energieschaden. Die Superficien. tja also wenn dann gibt es erst mal die kakophonie kann sie mal tragen man hat so niederstricken blitz auch war es ist interessant warte gibt es hier noch was wir gesehen haben nö in dem gebiet sieht es nicht so aus. der hoch sollte mal jetzt gehen. ach hier kamen wir her können wir doch mal kurz die aussicht genießen wow und diese aussicht ich denke wir mal hier nicht selber eine Rolle das elixir nutze ich dafür noch nicht oh und das brennt hier das war schwer das kann nicht in einem Zeitraum ansonsten würden wir hier den Weg gehen oder es ist vielleicht auch interessant mal den Weg zu gehen jetzt zum Beispiel eine edle Tromme ansonsten gehe ich den wieder hinauf und wir sollten auf jeden fall die Bahn nehmen machen wir den Weg aber dann weg nach unten sollte man wieder laufen mitkommen mitkommen das war es wert und jetzt lauf ich den Weg nochmal zurück so viel ist das jetzt nicht so viel ist das jetzt nicht zumindest um nochmal zu gucken ob da noch etwas liegt ein bisschen ein bisschen muten ein bisschen aussicht das können wir mal auch nicht das können wir mal auch nicht das strauch ist leer das strauch ist leer das strauch ist leer das strauch ist ein Vogel er war so unschuldig das strauch ist wir spielen immer noch da das musste sein jetzt haben wir auch ein paar strach dazu ja so wie das sind ja das ist das ist ja Jetzt sind wir hier schon wieder oben. Dafür die Seilbahnfahrt. Das müssen faule Menschen sein. Nur im Kloserleben. Jetzt sind wir durch die Seilbahn. Das war's jetzt nicht wirklich. Ja, da sind Fallen, die man somit umgehen kann. Aber ein bisschen fein und schärfer Werkzeug. Der Weg war jetzt nicht so gut. Ich habe noch nichts verpasst, wenn wir da jetzt nicht lang führen gehen. Ich verpasste da wirklich gar nichts. Die ist nur eine Schlucht. Ein Lüpfchen gut nix. Kann ich nicht. Na dann. Ich würde mal vermuten, hier auf dem Farb geht es weiter. Jetzt noch mal Ritzkiste. Nichts drinnen. In viel Punkt. Leck 2. Der Kloserweg ist relativ unspannend. Bittungswurf. Okay. Das haben wir gesehen. Wie schafft es der Mönch eigentlich nie zu springen. Warum schafft es der Mönch eigentlich nie zu springen? Das ist genug. Das ist genug. Der Kloserweg ist etwas geschrieben. Das ist sicher. Der Kloserweg ist ein Glück. Das ist das Kloserweg, wasprach, zu sprechen. Wir haben nicht das und wir nicht reden. Es sind sie nicht gar anytime. Da. Es geht. Nein, nein, nein. Ich werde nicht in da. Ich werde nicht. Ich werde. Der Kloserweg. Der Kloserweg ist. Vielleicht mal was zu tun. Vielleicht mal was zu tun. Die Lohnfähigen Schlangen. Pfff, da nichts. Was sind Ruinen hier? Den Klopf, um die Machen. Hm. Was sind Ruinen hier? Er wird besser von dir. Nicht es lassen. Bleib weg von den Githyanki. Sie schütten dich. Sie wollen das Artifakt. Sie werden nichts von dir bemerken. Aha. Ja, das sollen sie erst mal versuchen. Und da gibt es einen Hintergang. Durch den das Einbrechen möglich ist. Nein! Ja. Ja. Da können wir nicht hochtettern. Die Barrikade können wir zerstören. Stundenspäter. Guck mal mit dazu. Okay, nicht erreichbar. Das ist schlecht. Das ist gut. Schade. Das ist gut. Das ist gut. Was machen wir denn jetzt rein? Sehr schön. Böse Katze. 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 Schöne Ah, okay. Oh, nach innen hier. Viele Schnarchen. Nicht gut. Ach du Schande. Ach du Schande. Die Explodieren, ja. Stärke Viecher. Ach du Schande. Ach du Schande. Mach das. Man muss das. Und eine noch. Oder zwei. Daneben. Sehr schön. Ein paar Schwänze mitnehmen. Wer weiß, was uns da drin noch erwartet. Gut. Aber ich glaube, es wird jetzt mal Zeit lassen, den Ort zu binden. Kobold Gründerer. Aha. Noch mehr Gegner, die hier kommen. Erstmal hinsetzen. Jetzt schon mal, wie wir hier im nächsten Ort weitermachen. Das war doch ganz schön viel für den Ort. Wir sind hier ein neues Gebiet eingebrochen. Schauen wir mal, wie wir uns über die Gefianke überlisten oder ausschalten. Bis dahin. Bis zum nächsten Ort. Hier sind jetzt nichts. Schau, schau. Glaublich nicht. Und raus. Euch geht nicht mit der Stelle. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020